Mein Sohn hat heute Zeugnisausgabe. Mal sehen, was er hat. Yo. Jil, hab ich gefunden. Ich hab grad voll einfahren lassen. Schnauze. Mal sehen, wie seine Zensuren sind. Du, Papa. Mein Zeugnis ist heute gekommen. Erf Amuel, hast du einfahren lassen? Nee, der war's. So, und jetzt zu meinen Noten. Ich hab ne 3 in Physik, ne 4 in Mathe, ne 2 in Wirtschaft und Technik. Nur ne 2? Naja, für den Anfang nicht schlecht. Darf ich mitfahren? Wenn du nix kaputt machst. Oh nee, ne ey. Ey Samuel, hast du wieder mit deinem Essen den ganzen Motor blau angemacht? Und die Schrauben dahin sind auch blau. Wie sieht denn das aus, ey? Mann. Sag mal, mein Sohn. Hab ich überhaupt gestattet, das Auto so blau anzumalen? Hm? Du willst einen Lappen und machst das alles schön sauber, ja? Äh, ich hab doch gesagt, gib den Aquamaler. Ich mein so übe. Na gut, mein Kleiner. Ich will mal nicht so sein. Weil heute Fernbeginn ist. Los, 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 los. Los, los, los. Los, 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 los. Los, los.